Hi, ich bin Tim und heute bin ich auf Jamaika. Die Dun River Falls sind eine Kaskade von Wasserfällen und das Besteigen war gar nicht so schwer. Heute Morgen ging es mit dem Bus von Montenegro Bay nach Negril und nun bin ich hier in einem Hostel, das aussieht wie eine Gefängniszelle. Wir haben hier so ein vergillertes Fenster. Auch der Raum hier, wenn man reinkommt, ist alles so dunkel. In Negril habe ich außer Schnorcheln nicht viel gemacht. Ich habe es ausgenutzt, dass ich ein Einzelzimmer hatte und habe mich da gestern und vorgestern richtig gut ausgerufen. Musik Und jetzt geht es wieder zurück nach Kingston Als ich die Schnorchelmaske aus dem Hucksack rausgeholt habe, musste ich feststellen, dass ein Stückchen abgebrochen war. Zum Glück hatte ich noch Klebeband dabei. Das heißt, ich habe das abgebrochene Teil hier jetzt fixiert und ich hoffe, dass es für Schnorcheln reicht. Weiter geht es zur Dominikanischen Republik. Musik 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 Musik